so leute und hallo ja ihr fragt euch jetzt bestimmt hey zero was da los mit deinem parts und so was umkommen nächstes jahr das ding ist einfach ich habe selber keine ahnung was da los ist aber irgendwie spinnt mein mikrofon ich hatte dienstag wollte ich gucken ich habe ziemlich verschlafen ich wollte gerade um 11 uhr was aufnehmen und irgendwie so ja klappt alles wohl nicht mehr deswegen habe ich mir gedacht probieren wir es dann am nächsten tag also heute und ich bin mir gerade heute dran und irgendwie nimmt er nichts auf also ich habe gar keine ahnung mein mischpult ist an da kommt auch hier geräuschen alles an aber im pc kommt irgendwie gar nichts an ich habe keine ahnung was da du es weder in dem programm noch in dem anderen programm und ja ich weiß überhaupt nicht was da los ich werde mal gucken ob ich da vielleicht im ersatzteile bestellen muss oder sonstwas aber ja zu dem werden erstmal keine parts kommen wie es aussieht weil ja so geht es nicht ich muss mal gucken vielleicht bestell ich morgen ein headset oder sonst was oder ich kaufe morgen ich gucke morgen vorbei vielleicht komme ich ja morgen saturn oder sowas und kauf mir ein vernünftiges headset vielleicht das wenigstens parts kommen können ich guck mal wie es weiterläuft von daher bleibt dran und ja es tut mir leid es tut mir leid